Hallo liebe Camper, Herzlich Willkommen bei uns auf dem Kanal bei MIGA Caravan aus Dingesbühl. Heute habe ich das Thema Ladebooster und Rapid von der Firma WCS. Ich möchte euch ein paar Stichpunkte erklären. Warum brauche ich einen Ladebooster? Macht der Ladebooster bei Lithium Sinn? Wie funktioniert der Ladebooster? Was kann der Rapid? Was kann der Ladebooster? Und die ganzen Themen möchte ich euch nach dem Intro nahelegen. Hier haben wir die beiden Geräte um die es heute gehen soll. Zum einen haben wir hier den WCS Ladebooster und zum anderen haben wir hier den Rapid Mikro Prozessor. Ich würde jetzt einfach mal mit dem Rapid anfangen, wie er hier verpackt ist. Also wir sehen, der ist schon sehr wertig in einem schönen Metallgehäuse mit Füßle dran, damit man auch sauber befestigen kann. Und dann sehen wir an dem ganzen Thema drei Kabel. Noch dazu haben wir eine schicke Bedienungsanleitung. Das ist ja immer ganz wichtig, damit wir uns informieren können, um was es eigentlich geht. Ich möchte euch jetzt eigentlich nur mal aufklären, für was das Ganze ist, für was man das Ganze verwendet. Dann haben wir hier noch, ich schütte es einfach mal aus. Jede Menge Sicherungen und Steckverbinder und Kabel sind natürlich nicht dabei, die hat man selber. Aber zum Befestigen und alles wie sie es können, ist alles dabei. Hier sehen wir auch von den Anschlüssen her, es ist relativ einfach getan. Wir haben drei Kabel in drei Farben. Hier stehen auch die Farben gleich, was für Anschluss das ist. Orange haben wir hier, ist für die Starterbatterie. Rot ist für die Bordbatterie, Aufbaubatterie. Und Schwarz ist gleich die Masse. Das ist eigentlich schon alles bei dem Gerät. Und viele fragen sich, was macht das Gerät? Also, zum einen überwacht es die Starterbatterie. Man kann dieses Gerät aber jetzt nicht vergleichen mit einem ganz normalen Standby-Lader. Weil der Standby-Lader macht nur ein bisschen was anders. Ich meine, seit kurzem gibt es ja erst von der Firma Büttner einen Standby-Lader, den man auch bei Lithium-Akkus einsetzen kann. Den gibt es aber, glaub ich, noch gar nicht so lang. Und das kann man aber mit dem alles tun. Er wiederum ist ein Mikroprozessor. Der natürlich einer von der Funktionsweise her zwar sehr ähnlich ist, aber dennoch ein bisschen anders. Der funktioniert auf eine ganz einfache Weise, indem er von 12,2 und 12,8 Volt hin und her taktet. Das heißt, er kontrolliert und hält somit die Starterbatterie immer auf eine Voltzahl von 12,8 Volt. Somit immer stadtfähig. Sollte aus irgendwelchen Gründen raus, was eigentlich fast nicht passieren kann, weil er das ja schon automatisch macht, aber dennoch mal die Starterbatterie leer sein, dann drückt man einfach hier auf den Knopf und dann schiebt er natürlich etwas mehr Spannung nach vorne. Und da gibt es dann ein festlegendes Programm. Das läuft automatisch eine gewisse Zeit lang. Das steht da alles hier in der Bedienungsanleitung. Und dann muss man warten, bis das Licht grün leuchtet, weil wenn das Licht dann grün leuchtet, ist das Programm abgelaufen und man fängt wieder an, den Motor zu starten und dann funktioniert wieder alles. Also es ist echt eine tolle Geschichte. Eigentlich unumgänglich, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit kann ja das schon mal passieren. Man benutzt viel Heizung, viel Licht, Fernlicht. Batterien sind sehr arg beansprucht, gerade im Euro 6, sprich Euro 6 Temp. Ein Riesenthema, wo ich so ein Gerät wirklich für ganz, ganz wichtig empfinde. Also das ist wirklich ein echtes Hightech-Gerät und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das ist der Rapid, den wir auch relativ häufig verbauen und der auch wirklich seine Arbeit gut tut. So, dann haben wir auf der Seite den Booster, sprich LBR. LBR heißt Ladebooster und Rapid. 60 steht für bis zu 60 Ampere. Ich sage jetzt bewusst bis zu 60 Ampere Ladestrom. Also das heißt nicht, dass er immer 60 Ampere Strom bringt, sondern das stellen wir dementsprechend ein, welche Batterie halt auch verbaut ist. Dann haben wir hier wieder die Bedienungsanleitung, alles schön sauber erklärt. Hier haben wir dann das technische Datenblatt, sauber erklärt. Echte tolle Sache. Dann, was haben wir in dem Booster alles drin? Wir haben Temperaturfühler drin. Einmal kurz, einmal lang, weil ich das bei Götz immer so bestelle, weil wir ja einmal immer die Lichtmaschine haben und zum nächsten den Aufbaubatterie. Dann haben wir ein kurzes Kabel drin für den Depus-Splitter, wo man dann die Fühler auch anstecken kann. Und dann haben wir den eigentlichen Booster. Halt, jetzt brauche ich mal schnell zwei Hände. Hau rucks, kleinen Moment. Voila, jetzt habe ich ihn schnell ausgepackt. Der auch von seiner Anfertigung oder von seiner Technik her, jetzt ja mehrere Geräte eigentlich in einem sind. Also, wenn wir so einen Booster verbauen, dann hat der natürlich im Prinzip diesen Rapid schon integriert. Also, der Booster hat den schon integriert. Dieser Taster ist dann im Prinzip dieser Taster. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir hier durch unsere Temperaturfühler die Lichtmaschinen-Sensor-Thematik mit integriert haben. Lichtmaschinen-Sensor, warum braucht man den? Ganz einfach, weil wenn wir einen Ladebooster einbauen und der zieht 50 Ampere dauerhaft aus der Batterie, aus der Starter-Batterie, sprich von der Lichtmaschine, dann funktioniert das während der Fahrt alles super gut. Aber die Problematik ist ja, wenn das Fahrzeug mal in den Stillstand kommt, Stau, zäh fließender Verkehr, was auch immer, dann haben wir das Problem, dass in der Lichtmaschine so ein Lüfterrad ist. Und wenn das sich nicht mehr dreht, weil das Auto steht, aber der Motor dennoch läuft, dann haben die Lichtmaschinen oft die Neigung zu überhitzen. Und dann tut dieser Ladebooster eben seinen Ladestrom automatisch runterregeln, damit die Lichtmaschine nicht mehr so beansprucht wird während der Stehphase und der Lichtmaschine im verschleißtechnischen Bereich nichts passiert. Das finde ich ein ganz wichtiges Feature, weil das kennen wir ja alle. Man steht einmal im Stau, mal eine Stunde, mal zwei Stunden, man lässt den Motor durchlaufen und dann hat man eben genau dieses Phänomen. Und darum ist der Booster einfach phänomenal, für mich wirklich einer der besten Booster, wo es überhaupt gibt, weil er genau diese Funktion hat und die Lichtmaschine schont. Weil Lichtmaschine austauschen, das wollen wir alle nicht bezahlen. Das wird dann eben angeschlossen an diesen T-Splitter, wo man dann T-Pus-Splitter, wo man dann hier andockt, hier anschließt und dann eben die Fühler anlandt und dann funktioniert es tadellos. Hier schließen wir wieder die Aufbaupatterie an, hier schließen wir die Starterbatterie an und in der Mitte schließen wir die Masse an, hier schließen wir die Sensorleitungen an dementsprechend, weil der Booster natürlich immer Sensorleitungen braucht, wo er messen kann. Und dann haben wir hier die COM-Schnittstelle, das ist für unser Programm, damit wir den auch entsprechend programmieren können, was schon immer nötig ist, weil ich habe gerade gesagt, der kann 60 Ampere, aber es gibt natürlich auch Lithium-Patrien mit 100 Ampere-Stunden, die einen maximalen Ladestrom von 50 Ampere haben. Und somit muss man den auch immer entsprechend einstellen. Dann muss man natürlich auch berücksichtigen, gerade bei intelligenten Lichtmaschinen, wie sich das verhält und darum bietet eben dieser Booster, das habe ich aber schon mal in einem von meinen anderen Videos gesagt oder auch gezeigt, unendliche Einstellmöglichkeiten, wo echt grandios sind. Ja, brauchen wir überhaupt einen Booster für Lithium oder überhaupt im Fahrzeug? Also, herkömmlich wurde das Ganze ja mit einem Trennrelais funktionell gestaltet. Das heißt, ein Trennrelais kriegt ein D-Plus-Signal von der Lichtmaschine, Trennrelais macht auf, Startup-Batterie schiebt dann den Strom weiter in die Aufbaubatterie. Jetzt haben wir eine Lithium-Batterie hinten drin liegen, die dann schon eine Ladeschlussspannung von 14,4, 14,6 Volt hat. Jetzt gehen wir wieder auf die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine arbeiten zwischen 14,2 und 14,4 Volt. Das heißt, bei einer Ladeschlussspannung von FIS zu 14,6 kann es schon knapp werden, dass die Batterie wirklich auch effektiv vollgeladen wird mit einem reinen Trennrelais. Spätestens aber ab Euro 6 wird es schwierig. Da sage ich, brauchen wir unbedingt einen Ladebooster, weil sonst wird die Batterie nicht mehr richtig geladen. Warum wird sie nicht mehr richtig geladen? Ja, intelligente Lichtmaschine sage ich nur, die da öfter abschalten und dann dementsprechend andere Ströme fahren und dann funktioniert das Ganze einfach nicht mehr. Auf eine leichte Art und Weise erklärt. Bei vor Euro 6 kann es einigermaßen funktionieren. Ich sage bewusst einigermaßen, weil das ist natürlich abhängig bei einem Lichtmaschinen Strom von 14,4. Was wir jetzt noch alles einschalten, was für Größe von Lichtmaschinen das ist, wenn dann die Klimaanlage läuft, das Licht noch brennt und weiß der Teufel was, die Sitzheizung an ist oder ich weiß es nicht, der Teufel. Ob das dann auch wirklich hundertprozentig mit der Ladeschlussspannung übereinstimmt, weiß ich auch nicht. Also kann natürlich funktionieren, kommt immer drauf an auf den einzelnen Fall, aber sicherer ist es natürlich immer, wenn man einen Ladebooster dazwischen hängt. Weil der Ladebooster hat natürlich eine viel höhere Strom bei der Sendung und somit auch Gewährleistung, damit die Aufbaubatterie letztlich voll wird. Wenn wir so einen Ladebooster einbauen, muss man aber eins beachten. In den Fahrzeugen, wo noch kein Ladebooster verbaut war, sondern das Trennrelais die Arbeit übernommen hat, muss natürlich, wenn der Ladebooster dann installiert wird, dieses Trennrelais deaktiviert werden. Weil sonst schien wir ja übers Trennrelais rein und Ladebooster, also das wird ein riesen Chaos, Kuddelmuddel, das funktioniert hin und vor nicht. Also das ist ganz wichtig. Ich nenne es immer so ein Ladmeer im Kreis und dann letztlich passiert gar nichts. Das ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Trennrelais dann deaktiviert wird. Wenn wir natürlich einen Ladebooster nur austauschen gegen dieses Gerät, weil wir einen größeren haben wollen, dann ist es wieder eine andere Sache. Aber bei Fahrzeugen, wo noch keinen hatten und ein Trennrelais vorhanden ist, muss das Trennrelais deaktiviert werden, weil sonst funktioniert das nicht richtig. Auch eine Besonderheit ist, dass wir diesen Taster hier nach außen verlegen können. Da gibt es dann extra einen Tepus-Splitter mit vier Anschlüssen. Auch das ist machbar. Dann können wir auch mehrere Temperaturfühler anordnen, falls wir das brauchen. Und wir können auch einen Taster wie diesen nach außen legen, an einen Extra-Taster, wo man leichter hinkommt, wenn die Einbausituation so ist, dass man nicht gut hinkommt. Warum muss man an den Taster überhaupt hinkommen? Ganz einfach, da haben wir ja wieder den Rapid verbaut. Das heißt, wenn euer Startup-Batterie mal schwächelt und leer wird oder leer ist, dann drückt ihr einfach auf diese Taste und dann wird der Booster, sprich dann schickt der Booster von eurer Aufbau-Batterie in Richtung Starter-Batterie mal gut und gern 30 Ampere. Und das über einen gewissen Zeitraum, sag mal neun bis zehn Minuten. Dann ist die Batterie wieder voll und dann kann wieder gestartet werden. Wobei das nur der Ausnahmefall ist, weil grundsätzlich überwacht er ja sowieso die Startup-Batterie, hab's ja gerade gesagt. Er taktet zwischen 12,4 und 12,8 glaube ich und hält die Startup-Batterie immer auf einer Volt-Spannung von 12,8. So, dass man natürlich immer wieder stadtfähig ist und hier nichts passiert, wenn das Fahrzeug mal drei Wochen steht oder sonstiges. Beim Verbauen sind natürlich ein paar Sachen zu beachten. Das ist ganz wichtig und dazu hole ich jetzt einmal nur ein paar Kleinigkeiten. So, jetzt habe ich hier mal noch eine Batterie dazugeholt, damit wir uns einmal vorstellen können, wenn wir hier den Ladebooster haben. Und jetzt möchte ich einmal die Situation darstellen, dass die Gerätschaften ja nicht immer so nah aneinander verbaut sind, sondern die sind ja durchaus mal in der Heckgarage verbaut, der Booster in der Heckgarage und die Aufbau-Batterie vorne unterm Sitz zum Beispiel. Ich habe es immer wieder gesehen, dass viele hier ein kurzes Kabel hinmachen, dann die Sicherungen alle schön nebeneinander hinmachen und dann hier weiter marschieren zur Batterie. Dann nehmen wir jetzt das Kabel hier mal, das geht dann zur Batterie. So, zack. Und das ist dann hier dran. Jetzt wäre letztlich das Kabel hier von der Batterie, wo es zur Batterie geht, keine Ahnung, sechs Meter, vier Meter, drei Meter, scheißegal. Leute, grundfalsch. Also wirklich grundfalsch. Die Sicherung gehört immer auf der Batterieseite, nie auf der Boosterseite. Also das ist ganz wichtig. Wir müssen immer aufpassen. Also hier gleich gehört die Batterie hin. Das heißt, hier kommt ein Kabel auf diesen Sicherungshalter, dann kommt hier das Kabel drauf, zack. So, und dann geht das hier in den Booster rein. Das heißt, mit der Sicherung wollen wir ja die Leitungen schützen. Und wenn hier Aufbaupatterie steht, geht ja von der Aufbaupatterie der Strom, sprich Starterbatterie, von der Starterbatterie der Strom hierher. Und darum muss man dann dementsprechend immer die Leitungen schützen, wo halt der Strom in diese Richtung, wo er auch fließt, damit die Leitung geschützt ist. Das Ganze betrifft natürlich auch die Sensorleitungen. Also ganz, ganz wichtig, damit man das dementsprechend halt auch berücksichtigt und die Leitungen auch dementsprechend dann safe sind. So, jetzt haben wir das ganze Gerät mit dem COM-Kabel, wo dabei ist, mal an unserem Laptop angeschlossen. Und jetzt sehen wir hier mal die ganze Steuerung, sprich das Programm von dem Ladebooster. Wir gehen hier oben rechts mal auf Verbinden, zack. Und jetzt ist er mit dem Ladebooster verbunden und jetzt können wir tausende von Einstellungen vornehmen. Also, wenn wir oben einmal anfangen, oben in der ersten Leiste sehen wir hier die Spannung. Das sind die Sensorleitungen, natürlich null, ist ja nichts angelegt. Hier sehen wir dann effektiv, wenn er boostert, was er aus der Startup-Batterie rausnimmt, was er auf die Aufbau-Batterie reinmacht. Hier sehen wir die Spannung vom D-Plus-Signal, falls es anliegt. Und hier sehen wir die Temperaturen von den ganzen Sensoren, wenn sie angeschlossen sind. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Phänomen, was der Ladebooster alles kann. Also, zum einen haben wir hier Aufbau-Batterie, alle möglichen Aufbau-Batterien drin. AGM, Gel und Lithium und dann das gleiche nochmal auf 24 Volt. Also, wir können 24 Volt genauso wie ein 12 Volt System ansteuern. Und das finde ich halt schon mal richtig krass, was hier eigentlich alles machbar ist. Und das ist mega. Genauso kann ich jetzt sagen, wenn ich einen LKW habe vorne, dann gehe ich hier auf AGM Startup-Batterie 24 Volt und hinten auf 12 Volt. Auch das kann er. Überhaupt kein Problem. Dementsprechend ändert er natürlich die ganzen anderen Werte. Dann haben wir hier D-Plus-Signal, arbeitet auch mit der Klemme 15 und man kann auch zwei anschließen. Das hat ja der Götz bei WCS mal super gut erklärt, dass der eine als Master und der andere als Slave fungiert. Und dann haben wir noch die Thematik Brennstoffzelle. Auch das kann er. Aber das hat auch der Götz in seinem Video dargestellt. Da brauche ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Für uns am allerwichtigsten Klemme 12, äh Klemme 15 und D-Plus. Das sind für uns schon mal die wichtigsten Parameter. Dann haben wir hier natürlich noch ein paar Parameter, aber das würde jetzt zu weit führen. Das brauchen wir nicht alles im Einzelnen durchgehen, weil sonst würde es hier ja Spielfilm. Dann haben wir hier natürlich noch die Booster-Ecke. Hier haben wir die Starter-Batterie, hier haben wir die Aufbau-Batterie, die Werte, wo wir entsprechend einstellen können. Hier stellen wir den Ladestrom ein, der steht jetzt hier auf 60 Ampere. Und hier haben wir die Starter-Batterie, damit wir wissen, beziehungsweise wo die Starter-Batterie sein muss, damit der Ladebooster sauber funktioniert. Auch hier können wir Einstellungen vornehmen. Echte tolle Sache, da kann man sich auf verschiedenen Situationen, kann man hier dementsprechend eingehen. Also das ist mega, mega wichtig und mega toll. Gleichzeitig ist er natürlich auch in der Aufbau-Batterie von der Gradzahl abhängig. Das heißt, wenn die Batterie zu kalt ist, dann gibt es einen Ladestrom von 5 Ampere. Also hier haben wir nämlich eingestellt die Temperatur-Thematik. Das heißt, ist die Batterie zu kalt, ist die Batterie zu heiß, regelt der Booster runter. Also auch das ist phänomenal. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten, die Thematik einzustellen und den Booster zu einem High-End-Gerät zu installieren. Das ist phänomenal. Dann haben wir hier die Aufbau-Batterie für den Rapid, der uns zeigt, wie die Aufbau-Batterie sein kann bis dorthin. Notbetrieb und so weiter. Und dann haben wir die Start-up-Batterie und hier haben wir dann den Ladestrom im Notfall. 28 Volt, sprich 18 Ampere für 30 Minuten beziehungsweise 3 Ampere und so weiter. Damit wir wissen, wie der Ladestrom ist. Jetzt bin ich natürlich um bei 24 Volt. Da müssen wir hier wieder auf 12 Volt schalten. Zack. Dann springt er hier nämlich wieder auf 35, wenn es ein 12-12-System ist. Dann springt er hier wieder auf einen Ladestrom von 35 Ampere, wenn ich den Rapid-Knopf drücke, wo er dann in die Start-Abitrie schiebt. Dann haben wir hier unten noch die D-PUS-Adressen. Hier sind die Geräte, wo an dem D-Plus D-PUS Adapter angeschlossen sind. Und hier haben wir dann noch ein paar Spannungen für die Diagnose. Da sehen wir dann letztlich, wie effizient ist er. Würfel-Volt liegen an und und und. Er springt gerade 1,5 Volt an, klar, durch unseren USB-Stecker und so weiter. Also, richtig tolle Geschichte. Und wir sehen jetzt auch, wenn ich hier den Knopf drücke, zack, dass er hier blinkt. Und hier auch ganz wilde Sachen macht, weil er natürlich jetzt was machen will, was er nicht kann. Weil er natürlich auch einen Fehler rausgibt, keine Aufbaubatrie da und so weiter, weil ja nichts da ist. Also funktioniert er natürlich jetzt auch nicht. Aber vom Grundsatz her, wenn man das Ganze überlegt, das Gerät für den Preis, was das Gerät alles kann, ist schon echt phänomenal. Also ich finde es wahnsinnig. Es gibt eigentlich kein Auto, wo mit der Gerätschaft nicht zufrieden ist oder beziehungsweise nicht zurechtkommt. Und da muss ich wirklich schauen, das ist schon echt der Booster der Superlative. Und ich bin richtig froh, dass wir den auch im Programm haben dürfen, weil damit haben wir wirklich ein Top-Top-Gerät. Und ja, ich kann nur sagen, für jeden, der einen Booster möchte, das ist der Booster meiner ersten Wahl. Weil er einfach das Auto schont, unheimlich viel Power hat, gleichzeitig meine Lichtmaschine auf die Lichtmaschine aufpasst, gleichzeitig meine Temperaturen überwacht von Lithium und Lichtmaschine, gleichzeitig, ob die Batterie zu kalt und zu warm ist und den Ladestrom entsprechend regelt, sodass ich immer das optimale Ergebnis habe. Das muss erstmal einer nachmachen. Weil, also ich kenne keinen zweiten Booster, der diese Funktionen hat in so einem kompakten kleinen Gerät. Und das ist schon, ja, phänomenal. Im eingebauten Zustand habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt und wie das Ganze funktioniert. Da habe ich auch schon zig Videos auf meinem Kanal. Heute wollte ich mal speziell eben auf die Thematik eingehen. Wie ist dieser Booster zu verwenden? Welche Funktionen hat er? Und macht er wirklich Sinn bei Lithium oder nicht? Mein Ergebnis ist ganz klar, ja, macht Sinn. Warum, habe ich euch ja vorhin erklärt. Und wenn man dann in der Anschlussschematik da nur ein paar Sachen beherzigt mit den Sicherungen und mit dem Trennrelais, dann funktioniert er einwandfrei. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ für euch. Ich wollte euch einfach ein bisschen näher bringen, für was wir genau den Ladebooster einsetzen. Natürlich, um die Aufbaupatterie schneller zu laden, effektiver zu laden, richtig zu laden. Aber auch bei diesem Booster für den Schutz der Starterpatrie, für die ständige Stadtfähigkeit von einem Fahrzeug, von euren Camper. Und gerade bei diesen neuen Fahrzeugen mit den intelligenten Lichtmaschinen da drin, ist es manchmal gar nicht so einfach mit einem kleinen Ladebooster. Wenn ihr Lithium verbaut, oft sind ja nur diese 25 Ampere Shout Ladebooster verbaut, die sicherlich toll sind. Für AGM super geeignet, weil natürlich AGM gar keine größere Stromaufnahme kann oder darf. Sonst geht sie kaputt. Bei Lithium schaut die Welt anders aus. Die können bis 50 teilweise noch mehr Amperstunden oder Ampere aufnehmen. Und da macht natürlich so ein kontrollierter, professionell gesteuerter Ladebooster schon echt Sinn. Um die Starterpatrie zu schonen, die Aufbaupatterie wieder schnell fit zu machen für meinen nächsten Stopp, damit ich da wirklich genug Strom habe und damit da alles safe ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich freue mich über natürlich fleißig Kommentare unten, was ihr von der Ladebooster-Geschichte haltet. Wie ihr das seht, braucht man einen? Seid ihr glücklich mit dem, was ihr habt? Und so weiter. Da freue ich mich wieder regelmäßig auf Kommentare. Und mir bleibt nichts anderes übrig, wie zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Nachmittagabend. Mal gucken, wann das Video rauskommt. Bleibt auf alle für gesund. Passt auf euch auf. Auch über ein Abo freue ich mich natürlich. Dann werdet ihr weiterhin so spannende Videos von mir sehen, um die einzelnen Komponenten erklärt. Wie meine Einbauten, wie Technik, Technik, Technik. Und Solar, Solar, ganz wichtig. Ab und zu auch mal Neufahrzeuge. Und darauf freue ich mich. Also, bleibt gesund. Schöne Grüße aus Dingesbühl und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.